Herzlich Willkommen zurück bei Five Nights Candies Remastered. In der letzten Folge haben wir ja Nacht 1 und 2 geschafft. Heute schauen wir uns mal Nacht 3 und 4 an. Vielleicht auch Nacht 5. Kommt drauf an. Ich weiß es nicht. Okay fangen wir an. Continue. Nacht 3. Ab hier wird Blank aktiv. Nach 4 glaub ich. Old Candy glaub ich. Ja Old Candy. Old Candy. Nach 5 niemand. Also wenn du nie checkst. Nie checkst. Mann. Ich mein Deutsch. Lern Deutsch verdammt. Okay. So here I see. You're already way better than us. What it was? B. 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 BUNDER. Ich dachte, dass es nicht die Dage of the Candy gibt. Die Dage of the Freddy's. Die Dage of the Freddy's. Hi Blank! Der guckt schon Richtung Kameratoll. Hey, der ist noch da! What the hell? Hä? What the hell? Willst du mich verarschen oder war da immer noch ein Chester? Handy. Okay, Handy ist da. Chester ist nicht da. Okay, er glotzt. Er ist Richtung Kamera. Das ist gut. Mehr oder weniger. Hilfe! Oh Gott. Ab da musst du dich wirklich nur noch minimal auf Blank fixieren in der dritten Nacht. Vierter Nacht musst du halt auch mal ein bisschen wegen Old Candy gucken. Und dann kommt Old Candy. Mühe los zu dir und kill dich. Boah, Jesus hey. By the way, ja, ich hab wirklich den 7-20 geschafft. Oh, Jesus hey. Boah. Hier. Hüüü! Himmel nochmal. Warte. Okay, see. Ähm, hallo? Läng seiner? Ne. Ist da einer irgendwo? Wenn du wirklich übeln, die Fehler, die du machen kannst, ist, während du siehst, dass Blank steht, steht, sondern steht, dass er nicht mal diesen Haken ist. Also wenn du das hier hast, guck nicht mehr auf Game 5, bis du weißt, dass er angreift. So, können wir mal schauen. Chester. Chester. Ach, okay, mach doch. Warte, wo ist der Pinguin? Okay, da ist er. Das Blöde ist, Blank siehst du ohne Nachtsicht nicht. Das ist das Problem. Du brauchst für ihn zwingend Nachtsicht. Für den Blödmann. Boom. Tag Blank. So, da war er. Jetzt hängt er wieder an seinen beiden blöden Haken, wo ist der Pinguin? Okay, Camp 2 war der Pinguin. Chester, ich wusste es doch. Wenn es der Pinguin nicht ist, dann ist es eine andere Sau. Alter, da sind wir noch da. Noch rechts. Nicht nur links fixieren. Habe ich heute in der sechsten Nacht einen Fehler gemacht. Ja, ich habe mich nur noch auf rechts fixiert und auf einmal habe ich Chester gekillt. Aber das Blöde ist eben, ich hatte Angst vor Red. Also, der Ratte. Also, Red war halt da. Le Problem. Habe ich noch mal. Warte, Blank. Okay, der pennt gerade. Soll ich mir recht sein. Pinguin. Nein. Wisst ihr was, wir lassen ihn rein. Komm rein. Kollege. Komm rein. Pinguin. Ist das jetzt überhaupt klauen? Hä? Normalerweise würde er in mein Office kommen, unter diesem Tisch zu hocken und hat mir immer wieder eine Tür zu machen. Eine random Tür. Dazu macht er eine auf. Okay, Blank guckt schon wieder Richtung Kamera. Das ist blöd an dieser blöden Aufnahme, wenn ich es mit Facecam mache. Und das Spiel hängt dann ohne Ende. Und haut jetzt bitte mal ab. Oh, alter, Blank steht. Blank steht. Blank steht. Nummer 80. Das ist das blöde Alter am Blank. Du brauchst zwingend 80, dass du ihn siehst. Und kann es denn? Ist das schon ein bisschen länger, als vor der Tür schon immer steht? Oder kommt es dir nur so vor? Kann mir nur so vorkommen, aber vielleicht auch nicht. Ha, 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 ha. Hilfe. Wahrscheinlich werde ich dann. Wahrscheinlich mache ich nur die vierte Nacht, die fünfte Nacht, man kann mich dann mit einem anderen Aufnahmprogramm. Mit Facecam halt. Boom. Da hat er angeklopft. Klopf, klopf. Wer ist da? Ein Depp. Ein Depp, wer? Blank the Depp. Oh nein, Gott. Oh, Gott. Rest in peace, Blank. Ripped, Blank. Oh, Gott. Wo ist der Pinguin? Machen wir hier alle Camps durch. Checken. Okay, Pinguin ist nicht da. Wahrscheinlich sind die bei Camp 12. Was ich gemerkt habe, ist, die Animatronics, die greifen nicht an. Oder die bewegen sich kein Raum weiter, solange noch einer im Weg ist. Habe ich zum Beispiel über Old Candy gesehen, weil Old Candy ist, ja, ja, Hilfe. Ja, sei aber. Ja, moin. Ja, moin. Himmel nochmal! Habt ihr das gesehen, der hat vorne erst rausgeguckt und bumm ist er unten. Der ist ähnlich wie Faxi. Ich nehme mal an, der wollte Faxi was zu gut wie möglich interpretieren und wo ist der Pinguin? Hab ich ihn jetzt so ernsthaft? Hab ich ihn ernsthaft vergeschaut? Der kommt schon wieder! Bitte was? Bitte was? Du willst mich verarschen, oder? Nagel sharper... Warte... Okay komm gleich. Brenkt blä popia ling... Fleich das Blank wirklich! Kann auch sein! Okay, ich kann ähm aufmachen! Candy!? Ja ich hab eh genug Strom! Passt! Habt mal! Ok, jetzt pente ich meine! Ok, Candy, komm, ich geh an! Yes, geschafft! Jesus, ey! Und jetzt noch mit Old Candy noch! Bäh, das ist die Hölle! Du, du, du! Du, du, du! Yay! Yay! Nur noch das fehlt! Nur noch das Yay fehlt! Loading Ficht! Was sind wir heute? Oder in dieser Cut-Sinn? Weil in der letzten haben wir ja am Anfang gar nichts gesehen und da war, ja! Dieses blutige Endoskillett! So wie sonst war die Polizei schon hier! Was zum Geier ist da passiert? Wie ist das passiert? Ja, Winnie bist du auch schockiert! Ich bin ebenfalls schockiert! Haben schon zehn da! Ja, wisst du halt schockiert! Ja, ich weiß, ich auch! Bis zum... Oh, ich wollte mich fragen, ob er mit mir so eine kleine... ein kleines Kaffeebräuschen macht! So ein bisschen über das ganze... oder quatscht halt! So! Vierte Nacht! Let's do it! Und Candy tutscht schon wieder! Let's go! So! Ich hab generell jetzt gerade Angst, weil ich denke, dass ich ihm wegen Old Candy... Weil der Spiel so extrem am Laden ist! Aber normalerweise geht das viel viel schneller! Also der guckt viel... viel viel schneller hin und her! Aber jetzt einfach auf... Old Candy und Blank! Okay, Old Candy kommt noch nicht raus! Ja, so schnell! Okay! Echt? Gefällt mir Old Candy! Da ist er! Hi! Oh, er bewegt sich, ne? Hilfe! Old Candy, ne? Wirklich Old Candy! Und Blank guckt auch schon her! Ja, hallo du! Ja, ziemlich gross! Mhm! Ah, okay! Day Shift hat die angenommen! Oder wie auch immer! Wen spiele ich? Das sind wir aber am Ende! By the way! By the way! Spoiler! Alter, ist Old Candy creepy! Das meine ich! Old Candy kann nicht raus! Wenn Chester da steht! Was steht einer da? Candle! Ich wusste jetzt! Ich hab's einfach gewusst! Wenn's flackert! Okay, Chester ist Camp 8! Ich nehm mal an! Dass sich Old Candy dann auch langsam auf den Weg macht! Höh! Alter! Käpteins alle andauern von meiner Tür! Gibt's doch nicht, ey! Alter! Wehe dir! Wehe dir! Wehe dir! Warte! Okay, schon ein Uhr! Puh! Old Candy! Blank! Ich müsste sich Old Candy jetzt bewegen! Aber das komische ist, du siehst ihn auf Cam 9 nicht! Ich jetzt! Wenn Old Candy auf Cam 9 ist, du siehst ihn nicht! Ech! Eheh! Nein! Nein! Nein!!! Und ich singe jetzt keine Oper! Und der ist jetzt aufgestanden! Und Old Candy ist Clam! Ach! Gott, sorry. Alter, ich habe mich gerade übel verschluckt. Okay, da ist Old Candy. Wo ist Old Candy? Da ist Old Candy. Alter, der ist verdammt groß. Jesus, ey. Wenn du die auf der Cam anguckst, der sieht nicht so groß aus. Achtung, Cam 7. Wenn er da steht, schaut ihn manchmal. Bumm, der passt nicht mal ganz ins Bild. Die anderen easy, die sind... Ich habe so eine Angst, ey. Nein, kommst du nicht rein. Warte. Old Candy? Okay. Boah. Ich mache alles dicht. Alle lupen dicht. Bumm. Es flackert. Old Candy steht noch da. Verziehe ich mal. Okay, Old Candy ist weg. Das ist gerade viel auf einmal. Hilfe. Hilfe, ich mache. Und der 6. oder 8. kommt der noch. Und der 5. Bäh. Also für heute noch nicht so schlimmer Version. Okay, Chester. Ich nehme an jetzt nach links drehen. Ich drehe mich wie ein komischer. Für Chips. Hä? Okay. Chips. Du kommst ja nicht rein. Du kommst ja nicht rein. Äh, Old Candy? In die Reihe sei jetzt ein Camp 10 oder ein Camp 9? Boah, ich habe so ein verdammt ungutes Gefühl. Äh, erst 2 Uhr. 2 Uhr. Und was? Doch die Hälfte von Strom. Alter, Jesus. Das ist H. Christ. Ja, ich wollte nicht sagen, das wird H. Christ. Aber das ist einfach der hinterletzte. Okay, Penguin kommt gleich. Ja, LÖPENGUIN kommt gleich. Penguin. Mach keinen Scheiss. Mach keinen Mist. Okay, Old Candy ist da. Boah, Alter. Auch schon hier, wenn du ihn so anguckst, ist das so creepy. Er hat keine Augen. Oder vielleicht sind sie Augenlider quasi die Augen in seine Seele. Seine Augen. Schwarz wie seine Seele. Nee, nee, nee. Okay, nee, nicht böse. Pinguin? Pinguin! Ich hab's irgendwie... Hä? Äh, 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 bau, 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 bau. Okay, er hängt noch. Okay. Pinguini ist weg, ich mach hier auf. Boah. Mh? Hää? Äh, du, du... Warte. Oh, oh, äh, bau, 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 bau. Ah! Hää? Alter! Hää? Puh, 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 puh. Hilfe! Hää? Bop, bau, bau! Tiefentspann.mw4 weil er höchstgestresspunkt mp4 was schaue ich denn auf dein 5 jetzt blank da wer ist das für mich gewesen blank mach keinen scheiß alter habe ich gerade erschwucken ok old candy will mich jetzt verarschen oder willst du mich verarschen ich wusste es doch einfach das ist bockschwer hilfe mach die tür zu mach alles dicht obwohl alles dicht machen wir auch nicht so die klügste idee ich heule gleich ich weine gleich ok hat sich jetzt die datum wieder ein bisschen eingeführt das klingt alter das klingt so falsch alter ok die kommt schon wieder seid noch interrupted alter das ist so ätzend ok du hast dich bewegt wie viel Uhr ist es 5 Uhr ok macht er auf da ist keine sau mehr ok ok old candy kommt erst nach chester nehme ich mal an weil erst muss chester an die tür kommen blank also ich kann mit ruhe jetzt noch auf 5 5 gucken blank steht doch nicht haben wir es jetzt dann bitte ich schau noch mal ich schau noch mal ich schau noch mal wie ok ich euch rein nee jetzt ist auch kein gemacht moin halüchen halüle holü polim polim 89% jetzt wird das doch noch ein bisschen knapp Warte. Bitte nicht. 6 Uhr. 6 Uhr! Okay, der Pinguin würde noch kommen, aber der... Ja, oh Gott! Wir haben es geparkt! Jawoll! Warte? Was ist mit... Ja. Jesus H. Christ! Aber es kommt ja noch... Nacht 5 und Nacht 6. Loading Feet. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was sehen wir jetzt? Okay. Hi Candy. Hi Cindy. Ah, die hockt auf diesem Förderband. Wo die das Gerät drauf ist. Äh, Winnie. Willst du zeigst auf die beiden? Ich habe ein ungutes Gefühl. Kenny oder Cindy. Bin ich hier vor? Nee. Doch. Hä? Hä? Winnie? Wo ist Winnie hin? Einfach rechts vielleicht? Warte. Wie? Äh. Hai. Hai. Hi. Wie? Echte Schande. Hahaha. Oh mein Gott. Holy Moly. Quackabouli. Oh Gott. oh Gott Himmel nochmal wir haben die vierte Nacht gepackt fünfte wäre es für uns aber die schauen wir uns dann in der nächsten Folge an oh bitte also ich finde für die fünfte Nacht wäre ich wahrscheinlich dann vielleicht nehme ich sie offscreen auf weil ich weiß nicht ob ich mir das mit Facecam nochmal antun kann dass es so elend lag aber falls ich es offscreen aufnehme werde ich danach nochmal darauf reagieren werde ich das halt nochmal nachkommentieren und auf jeden Fall würde ich sagen liken, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren das wäre richtig nice von euch vielleicht falls wir dann die Custom Night haben könnt ihr mir dann auch Custom Night Ideen also Challenge Ideen in die Kommentare schreiben ich werde wahrscheinlich dann offscreen aufnehmen und vielleicht vielleicht nehmen sie auch mit Facecam auf ich weiß ja nicht vielleicht habe ich mir richtig Bock drauf mit Facecam ok dann hoffe ich dass euch die heutige Folge gefallen hat es war ein bisschen stressig es war ziemlich laut ja sorry dass ich ein bisschen laut geworden bin aber das ist echt die reinste Hölle da holy christ hey she's age christ also dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bis dann bis dann die 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 die